Wie fühlst du dich? Also ich fühle mich total super, vor allem weil die Schüler ganz gut drauf sind. Die sind heute ganz artig und brav, haben fast alles so umgesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin schon sehr gespannt, ob das nachher nach der Generalprobe live genauso gut aussieht. Dann sehen wir uns nachher. Juhu! Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten zu unserem ATC-Wall. Und natürlich den Platz. Einen wunderschönen guten Abend. Grundschritt, tatsch, Grundschritt, tatsch, Grundschritt. und die Hand geht hoch, die Lage dreht und weiter in den Grundstück. Ja, der erste Platz, oh mein Gott, ich muss sagen, ich hab mich nicht eingelischt, ich hab mich hier am Schluss sozusagen an die Liste herangetaucht und hab mal so reingeschaut, wer hat denn da jetzt gewonnen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren auch meine Favoriten, aber wo ich es nur zu tun gehabt, nämlich der Daniel Haag und die Lehrerin im Platz Nummer 12. Applaus Musik 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 Musik